Oh, ein Traum in Blüte. Nein, es ist Sandra. Nein, es ist beides. Ein Traum in Blüte und Sandra. Sandra in einem Blütentraum. Mega. Ja, steht hier auch. Ganz toll. Ja, super. Ihr seht, wir haben heute Turnschuh-Tag. Und Sandra hat sie aber passende Ohrchenke von Ros rausgesucht. Genau, kommt sie zu mir. Toll. Passt zur pinken Blüte. Und dieses zauberhafte Viskosekleid mit durchgehender Knopfleiste haben wir in dem Weiß, sage ich mal, untergründig und in Blau, wie Sandra es trägt, untergründig. Hat, wie gesagt, durchgehende Knopfleiste, einen Gummizug, ja, in der Hüfte fast, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Also hüftig. Eben. Gummi, also so ein Bändchen dazu, ein längerer, beschwingter Arm. Und wie fühlt es sich an auf der Haut, Sandra? Ach, wie ein Traum aus nichts. Wie ein Traum aus nichts. Ein Blütenmeer, sozusagen. Ich danke dir.